Danke. Er macht gegen mich eins gegen eins. Ja, das ist mir eine Ehre, ein Typ, der mir auch ein Unlock-O macht. Er macht mir ein Unlock-O einfach. Cool, ich hab noch ein. Hast du da gar nicht gesagt? Doch, bitte. Mach doch. Ich hab dir das noch nie gerne. Also, ich hab was Scharfes gegessen. Scharfes? Bin ich nicht Scharf für dich? Also bin ich Scharf für dich hier? Nein, ich schaffe... Nein! Nein! Doch, bin ich! Geh bitte woanders schnorren. Er nervt mich. Ich will mir kein Free Unlock-O machen. Ich geb dir sogar 30 Euro. Ich geb dir 50 Euro PSN. Ja, jetzt 20, dann 50, alles klar. Nein, 20! Ey, von mir klappt's noch Geld. Ich kann aber was nicht hätten. Ich find das voll oft auf der Straße so golden, so, äh, Ronze-Münzen. Da steht dann immer eins drauf und zwei um fünf. Ein Euro, zwei Euro, fünf Euro, fünf Euro, fünf Euro, fünf Euro, finde ich auf der Straße auf. Ah, wohnt sie eh wie in so'n Puff, oder was? Ja! Ja, so, äh, so gewesen. Die sind halt Männer, keine Frauen. Und da ist voll viel rein, das ist voll rum am Fliegen, so, so, äh, das ist wichtiges, aber was ist das? Also, da wohnt so zu wagen in einem Puff. Ja, aber mit Männern. Ja, aber mit Männern. Und gefällt dir? Ja, das ist jeden Nacht voll schön. Das tut voll gut immer. Ich, die, die, die spritzen so ein weißes Zeug auf mich. Das, das, das ist Milch, keine Ahnung. Ach so, okay. Ach so, ich trinke das nämlich auch, weil, das, damit ernähre ich mich. Also, das mein Standard trinken, so gesehen. Ich liebe das. Jeden Tag. Äh, wie viel Geld kriegst du? Okay, okay, okay. Äh, wie viel, wie viel schlug du überhaupt? Ich, am Tag, drei Liter oder so. Ich kann dir keinen Unlock aufmachen. Doch, du kannst du nicht, du musst du nicht versuchen. Jetzt auch noch ein wenig. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, wir machen ein wenig, ich gebe eine Marshmallow-Gall. Ende. Mach uns lassen. Tau, hast du, nein, ich schwöre mein, mein Panschrack hier Kaka-Bee-Kie. Und mein, ähm... Warte, man schmacht, wo hat Schabby gesagt, warum lockt sie jetzt? Ja, und, äh... Die Balkon ist mal. Und warte mal, du, ähm, das ist aber, äh, was du weißt gar nicht mehr. Als wir machen wir 1-1, dann, wenn ich gewinne, dann machst du mir einen Lockout. Und mein, mein Passwort Kaka Pipi und meine... Ich mach dir keinen Lockout. Kannst du vergessen. Lachen leise, Digga, tut den Kopf in ein Kissen, warte. Meine E-Mail ist bies1345. Das ist doch toll. Danke. Du machst mir das. Du machst mir. Alter nicht. Du bist eine Schweine, oder nicht? Nein. Ich darf das nicht sagen. Frag doch deinen Bruder. Aber, das ist... Mein, mein Bruder ist an, an, an Scheiße gestorben. Nein, er war bei mir am Wohnen. Er hat so viel geschwurzelt. Alles klar. Läuse. Ah, so, ich hab' ich hab' geschwischt. Digga, tschüss. Digga, aber nennst, hast du das ganz kurz zu Finchi schluss? Was hat er noch? Ja, das fängt er sich schon mal, dass ich gar nicht hör' ich kaum schon auf mein Leben kann. Warte, ey. Junge, nimm den Kissen, Alter. Hier. Hä? Hast du das, und? Der hat sieben Minuten einander. Was ist das für Hacker, Alter? Das ist halt so, sieben Minuten einander. Also, ganz schnell. Und... Hast du ein Ding? Was? Ja, Digga. Oh mein Gott, wo ist der so ein Ding, Alter? Also, ich guck, der hat so so ein Ding. Ganz schön, Alter. Oh mein Gott. Da hab' ein Ding immer so ein Ding, der hat so ein Ding, der nebel ist dran. Und so ein der, eigentlich, da an der die 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 Lassen wird dann Eingriff bekommen. Kannst du mir jetzt ein Unlock-All machen? Er hat gar kein Messer, der springt in den Mott mit links. Hä, ich springe nur so. Kannst du mir jetzt ein Unlock-All machen, bitte, du bist Hacker. Ich hab das gesehen, du hast den Lack geändert. Kannst du mal mit mich hochkommen? Kann man, das kann man schon ohne, äh, JBL. Wer von euch möchte mich fliegen? Ich frage dich jetzt gerne. Ich frage dich jetzt gerne. Ich frage dich ganz gerne, hätte dich dich. Ja, ganz ehrlich. Kann mir man schon mal treffen? Ich frage dich zu zwölf. Mach mal extra. Ja, ich frage dich. Ich frage dich gerade, habe ich gerade gestimmt, das ist unten. Mach da bitte. Mach da bitte extra. Hallo, hm, hallo. Hallo. Ich frage dich so. Ich frage dich. ein ein da um mit ab die 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 ich hab die nie und diese Tarnen da drauf, die hab ich auch nicht, weil welch ist das? welch aussieht sich weh zu alter? ich hab die nie Tarnen ist besonders ich hab die noch nicht weh ich also nicht aufbitte hhhhhh macht er das alter? ja, ich hab mich da verbessert, denn ich hab dich lieb nein, das ist der HEP ich hab dich lieb, ich hab dich lieb hast du mich auch lieb? nein danke warte mal, ich hab mal zu doch geschlupen aber 3 Liter am Tag 3 Liter am Tag 3 Liter am Tag ich tu das immer in einer Flasche ich nehm sogar mit Kisule das teile ich immer mit meinen Freunden das weiße Ding und manchmal tu ich auch oft weiße Zäufelchen Sahne wie Kakao und mit Milch gut, also ich muss schon mal schlucken das weißt du gar nicht wenn du ihn kittst dann manch muss manch ey, dann dann ist das nicht dann ist das nicht ey, du alter dicker nö, nö ich spritze dich gleich an du bist gebohrt hör bitte auf du bist so gut kannst du mir jetzt nur noch all machen bitte nein du kannst es nicht nein 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 hör auf ich rufe die Polizei Pess nein ok jetzt hast du Pess jetzt rufe ich die Polizei nein hallo hallo ein Typ der heißt auch glaub ich im real life dude der heißt Fade 513 der hat den Pess der hat einen Mordgang 3 Stück ein Rearader 29 was da ja er wohnt in 2 erst mal auf Newtown ihr müsst euch beeilen es ist frei für alle er ist schwer bewachen ich hab's angezeigt Fade du bist am Arsch ich hab dich ich hab dich ich hab mich an bei Kupa ist das nicht toll eh mh toll k k k mh echt die Masse wird alle auf online nicht geworden k k k k k k k ja ich gebe dir meinen Account dann du hast ja schon gemacht mit der Korn und du bist du und er hat doch nicht mal mein kleines Hütterkopf Lass gleich Lass gleich in seine Lobby gehen dann gibt's schon eine Mord mit dem Kurs du nicht gut in keinem ist Geburt deiner Mutter das ist doch nicht das ist doch nicht dann ich konnte es nicht die Unglückung Alter wollte der letzte Kind machen ich hab mich geburt deiner Mutter das darf man nicht sagen aber du auch nicht doch ich darf ich kann das ich das hat mir der WeWater erlaubt die ja mer w w w w real real rosa w ein 1 gegen 1 ich bin nicht mehr du bist doch ein Hacker, das weiß ich ich sage mal, We-Waiter wo, guck mal, der ist Prestige da steht Prestige 1.280, level 24, 1.280